Wir starten zum zweiten Mal. Snoopy hat gesagt, er will ins Bild. Und da lacht er schon. Total begeistert ist er. Snoopy, was geht denn, Alter? Zu hart. Die Regenschirm-Party. Drei Superagenten und einen Regenschirm. Wir unterhalten uns mit Gott. Viel Wasser hat er für uns. Ein paar Blitzen. Und ein paar Donner. Auch. Oder waren das Döner? Jim bleibt cool. Die Mission ist gelungen, sagt er. Wir leben. Das aus, was Jim sagt. Nur der Moment zählt. Wir genießen diese Augenblicke. Der totalen Freiheit. Das Herz füllt sich mit positive Energie. Drei. 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 Drei.